so und wir steigen jetzt wieder hier ins spiel eine hat uns hier irgendwo im nirvana rausgeschmissen oder doch nicht schauen wir mal ob er die truhe ja das hat er mit abgespeichert also dann machen wir uns auf den weg zu charles lee wir haben noch zwei rote röcke offen die wir mal killen können vielleicht läuft und wir auch noch so ein saubarzt über den weg und jetzt kommen wir gleich in die danger zone sollen wir uns die jungs gleich packen oder sollen wir uns anschleichen von hinten na ja gescheiter wärs dahinten wäre der steg die jungs schauen eh nur nach vorne machen wir das doch glatt müssen eh dahinter sagt jetzt nicht wir müssen soweit schwimmen der seufzt uns doch ab der junge oder habe ich jetzt durch die pause wieder verplant dass wir vielleicht ein schiff nehmen sollten schauen wir mal auf der karte naja gut da gibt es keine infos mehr bei mir planschen jetzt einfach raus er ist ja guter und kräftiger durch trainierter schwimmer das ist gut für das ausdauertraining so wir nähern uns dem nächsten schiff müssen wahrscheinlich auch hier rauf da sind schon ein paar rote röcke unterwegs und wir können können wir da können wir nicht oder mag er zumindest gerade nicht auf gehst du da netten auf ach komm jetzt stell dich nicht so hoch schade er schaut zumindest drauf aber er geht nicht drauf da wäre es sicher eine kante wo er hochklettern kann da ist er so aus nach dem schiff entlang okay okay ah verdammt er hat sich zu schnell umgedreht damn so okay der ist aber auf einmal weg naja soll mir nur recht sein dann schauen wir mal und schauen wir mal und dann schauen wir mal das ist ja ein halbes wohngebiet hier das ist ja ein halbes wohngebiet hier das ist ja ein halbes wohngebiet hier oh gut dass der uns nicht gesehen hat und dann rüber und dann rüber jetzt drehen wir mal die kamera bis wir hier irgendwo und vielleicht runter ne ne geh mal da wenn ich mir jetzt da fallen lasse dann bin ich weg vom fenster dann doch lieber hier ja wo ist denn der ja die werden nicht zu lief okay diese hier sollten eure vorstelle genügen da liegt ihr falsch sie sind krank und schwach wir wollen eine armee aufbauen und kann spital füllen es würde monatiger und sie kampftauglich zu machen wir haben keine zeit nein bitte wir werden wirklich alles für euch tun egal was aber nehmt uns mit still und eure ware ist nutzlos für uns vielleicht sollten wir das in meiner kaiite besprechen okay das heißt wir müssen zur kajüte wie ist das denn da schriegt mich doch nicht so vor schauen wir mal wo steht denn der zipfel bleib stehen bleib stehen anhalten nein jetzt hat mich der andere krippe xing hm 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 ja puh sag ich doch mal also ich muss auf jeden fall da rüber springen dann klettern wir mal da lang ja das sieht man halt auch zu wenig das ist problem wo ist denn der jetzt wenn er sich mal umdrehen würde und nicht zu mir her könnte mich vielleicht dann runter ziehen aber der schaut immer aufs offene meer weil der würde mich dann sich der würde mich sehen ne den zieht er auch noch nicht runter stehen bleiben okay den haben wir beseitigt jetzt gehen wir weiter jetzt muss ich nur mal schauen kann man da von hinten lauschen lauschen boah da steht einer da steht einer es wäre really bad jetzt ist er weg schauen wir mal schnell hoffentlich sieht mich der spaß dir jetzt nicht ich suche auch die anderen schiffe ab wenn ich muss es gibt sicher gefangene die euren ansprachen okay gut ihr habt zwei tage danke stellt euch in der green dragon tavern in boston mit den gewählten männern vor dann treffen wir euch mit unserem anführer okay so von heim ist entkommen das ist nicht schwer sequenz 12 die letzte ruhe hätte ich jetzt noch optionales ziel ich hätte ihn noch killen können oder ja so ja zurückschwimmen brauchen wir nicht der sprung hat genügt und wir sind wieder an land wir sind wieder an land so und dann machen wir mal weiter und da brauche ich dir nicht wundern ich habe mich vorhin verschluckt und irgendwie kriege ich das noch nicht ganz weg deswegen räusper ich manchmal leicht ich hoffe es halt irgendwie ist irgendwo auch ein scheiß tag um es mal zu verdeutlichen wir haben heute die aufnahmezeit ist ziemlich spät in der nacht aber der sechste zweite ein tag vor release von dead space 3 und ich bin immer noch derbe angepisst dass die jungs von gamestop es einfach nicht rausrücken und mir keiner das geben will es ist echt nervig aber es verrät mir auch keiner von den leuten die bus schon haben wo sie es gekauft haben wo sie es so früh schon bekommen haben das würde mich mal interessieren aber es ist ein ea titel kein ubisoft titel also lassen wir das mal bleiben aber ich werde es morgen abholen und ich freue mich schon wenn ich euch spätestens zum wochenende endlich folgen davon liefern kann und ich hoffe die resonanz ist halbwegs interessant und neugierig drauf und nicht so lahm wie bei anderen spielen ich sollte mal auf die map schauen bevor ich hier wieder quer durch tembuktu rennen ja wie ich es mir gedacht habe und da höre ich doch was ich höre was ich höre was das versuchen wir jetzt noch mitzunehmen hier ist doch irgendwo irgendwo eine kiste versteckt oder aber wo oder verhöre ich mich da gerade nein da ist sie so die knacken wir jetzt gleich mal jetzt da 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 plane halten seife silberringe schärfer schäferpfeife magenarzneimittel werkzeuggürtel tischlerwerkzeug pumaanhänger gerade so dass ich lesen kann sidre spielzeugpuppen und bisschen kohle wow da waren ordentlich pläne drin da nur meine hacke so wir gehen über die stempen und das schiff soll rüber eppala ja genau das hat es jetzt voll gebracht da also komm hupf über das ding drüber und dann da rein und da lang und ja lauter rohdrücke wieder unterwegs da boah der hat ein zuviel in das nein das ist noch gut gesagt so nach grenzlandreisen ah gott schnellreise depp naja gut dann hätte ich die kiste nicht gefunden ja ja schon paar nette plane dabei auch wenn ich das let's plane äh nicht let's plane wäre mit dem plane aber so wenn ich mal wieder zwischendurch das game zock was ich noch immer überlegen bin und da hätte ich gerne eure meinung und ich hoffe es schreibt doch wirklich mal jemand was in die kommentare dazu dlcs ich bin echt schon überlegen äh es gibt doch diesen ein äh washington jetzt weiß ich gerade nicht wie er heißt fu ihr habt doch heute äußt erst heute wieder eine e-mail bekommen von von ubisoft ob ich den spielen soll ich bin echt schon überlegen da bau ich rausgeben und dann äh zocken da ja new york und hier ist ein hot da hat man es auf hier aber jetzt schauen wir erstmal auf die karten wo müssen wir überhaupt hin nein jetzt habe ich wieder alles verstellt na passt noch machen wir eine flotte schnellreise da sonst wird das heute nix mehr ja komm schon lädt's kopp gell's und da ist er schon wieder hat ja schon wieder ein pferdl jetzt muss ich ja wahrscheinlich da erstmal durchgehen genau so jetzt will er natürlich wieder reisen ich soll glaube ich mal auf die große map rausziehen und dann direkt hinreisen hey aber jetzt halt das game wahrscheinlich überall durch jetzt ist es auch schon wurscht so Boston Südbezirk der Templar und da blinkert das Ausrufezeichen schon also sind wir nicht mehr weit weg davon würde ich jetzt mal so äh behaupten oh was war das ja was war jetzt das so ich würde mal sagen wir machen hier eine kleine Break und sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder bis dene oder mir da also für dich 治j und die wenn